Hallo liebe Gartenfreunde, Ohrwürmer, auch bekannt als Ohrenkneifer, sind fleißige Blattlausjäger und deshalb willkommene Gartengäste. Um diese kleinen Nützlinge anzusiedeln, kann man ganz einfach so ein kleines Ohrwurmquartier basteln. Dazu brauche ich einen Tontopf, etwas Stroh, da siedeln Sie sich gerne an, ein kleines Stöckchen, Band und Maschendraht, damit das Stroh später nicht aus dem Topf heraushält. Zuerst knote ich die Kordel um das Stöckchen, am besten einen doppelten Knoten, damit es auch garantiert hält. Dann führe ich die Kordel hier durch das Loch im Topfboden. So hängt er dann später gut, kann nichts passieren. Dann stelle ich es wieder hin, fülle etwas Stroh ein, ordentlich reindrücken hier das Ganze. Dann kommt der Maschendraht hier so über den Kopf, ich habe da schon mal so ein kleines Stück vorbereitet. So, das kann man hier dann so verdrehen an den Seiten, damit es auch hält. Einfach so die Drahtenden hier ein bisschen zusammendrehen. So, hält. Ich hänge das neu gebastelte Ohrwurmquartier jetzt direkt an einen Apfelbaum. Der hat nämlich Blattläuse und da können die Ohrwürmer direkt losjagen. Wichtig ist, dass ihr das Ohrwurmquartier so anbringt, dass es direkten Kontakt zur Pflanze hat. Dann können die Ohrwürmer direkt von ihrem neuen Zuhause an die Pflanze krabbeln und loslegen. Ohrwürmer sind übrigens alles Fresser. Das heißt, sie fressen nicht nur verschiedene Insekten, sondern auch Blüten und weiche Früchte. Deshalb solltet ihr euer Ohrwurmquartier nie in eine Kirsche hängen oder in einen Pfirsichbaum. Hier beim Apfel ist die Schale sehr hart, das ist kein Problem. Allerdings, wenn der Apfelbaum blüht im Frühjahr, hänge ich dieses Ohrwurmquartier um für diese Zeit, damit sie die Blüten nicht zerfressen. Und jetzt hoffe ich, dass sich bald die ersten Ohrwürmer ansiedeln und auf Blattlausjagd gehen. Ohrwurmquartier.